ARD Text im Auftrag von Funk Na klar Du fährst aber auch so riskant Ich? Quatsch Ich hab mir grad die Räder angeditscht Dafür hab ich aber auch schon Hedis abgehängt mit dem Ding Ja, ist halt schwer mit einem Orca mit Radar, ne? Ja, das stimmt. Aber die haben alle einen Radar, das ist scheißegal, ob es ein Orca oder ein Humming ist Ja, aber eine Orca ist schnell Und hat ein Radar Dafür sei nicht verwendig Ein Hummingbird ist aber auch eigentlich dann schneller als ein Fahrzeug Also ist eigentlich egal was für ein Heli das ist F***ing Bohemia hat ja die Sportlimo gepatcht F***ing Bohemia hat ja die Sportlimo gepatcht F***ig F***ig Ja, das wollen wir müssen sitzen Alle bei mir im Auto Ach, ihr seid noch so weit weg, okay Mh 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 Die ganze Knöpfe Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Alles voll gekostet So, wir sind wieder unterwegs, lieber Floxer Mh Mh Machst du denn bitte mit dem armen Kerl? Ich will es nicht wissen Der Fahrt da unten im Kreis, ich koste mich so an Ach naja Ich will doch auch nochmal im Kreis fahren Du bist noch nie mit mir im Hunter gefahren, glaub mal Mh Ich fall ja mit dir mit, bleib stehen Ne, 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 ne Komm Floxer Egal, der Hut Das war aber nicht ich Ne, das war Floxer Und das hat auch das Headset Durchhörig wieder Komm Das gleiche Headset wie ich Hahahaha Ist Akku leer gewesen? Oh, Mond fällt es hier Ja und? Noch kein Mond dabei? Darf ich die Polizei rufen, dass wir gleich eine Tankselle aushorben? Nein Mond ist hier nicht egal Aua Achtung, da ist ein Stein Das sind ganz viele Steine Also, bald bin ich tot Ich auch Wir haben auch richtig beschissen teilweise platziert, so direkt im Busch drin oder so Das ist richtig kacke Aber ganz im Ernst, die Rebellen, was die sich einbilden, die haben auf uns geschossen, die blöden Pisser Ja Ne, die wollten unseren schönen E-Frit nehmen Was hätten nämlich die E-Friser dann gemacht, die haben ja selber genug Die versinken die einfach Die versinken die einfach Das dürfen sie ja gar nicht Doch, dürfen sie Wirklich? Ja Abgesehen davon ist es sowieso scheißig, Alter Nach dem Surveys, dass eh alles da ist Hm Naja, zu 99% bei mir war schon mal, dass es nicht wiedergekommen ist Hm, ich find's trotzdem nicht richtig Hm Ja, zu stoppen ist schon richtig Ich meine, das ist halt ein Widerstandsfahrzeug Das ist genauso, als würden Cops einfach die Zivis mit Kopffahrzeugen rumfahren lassen Hm Oh Apropos Cops Ähm Äh Warum hat der einen Kopfwagen rum? Weißt du mal, so viel zu Ähm, was ist mit denen passiert? Warte mal, das ist unser erstes Futter Äh, darf ich den irgendwie klauen? Oh, es gibt, es gibt da Gas Darf ich den in Rebellen übergeben? Ja, dann Lass uns in die Ruhe, der wird eh klar wieder Da hast du noch einen Kopfwagen, glaub ich vorne Ach, drin muss ein bisschen bremsen Oh, guck mal den an, der fährt richtig strange Wow Was zahlen die so viel im Kopfwagen? Ich hab gehört, die wir zahlen gut Gar nichts Die Kunst, die zahlen gar nichts dafür Nein, die Rebellen Fährst du denen jetzt hinterher, oder was? Ja, aber ich hab' nur das vor Ja Ja, deswegen Nein, ich mein' Ich mein' Dass die Ähm Rebellen Da ist schon wieder ein Levi In der Luft Da ist schon wieder ein Levi Da ist schon wieder ein Levi Da ist schon wieder ein Levi In der Luft In der Luft Ja, soll der Polizier sein wahrscheinlich Ne, ist nicht Oh Fuck, falscher Knopf Was war das jetzt? Rauch, das sind so Rauchgranaten? WTF Ja, Rauchgranaten? Wer hat die geworfen? Ne Dein Ifrit Das ist nur für Levi Da kommt jetzt schon grad Äh Schaut zivil aus Irgendwie rot Oh Schaut aus, als wird die gerade überfallen Alter, was ist denn hier los? Überfallen mit Schießerei Warte mal, warte mal, warte mal Da ist einer noch drin Was zur Hölle, was ist hier los? Alter, ich brauch Heal Die ist gerade ausgeraubt worden Alter, die wurde ausgeraubt worden Oh, lol Ja, ja Hinter der Tankstelle Ja, hinter der Tankstelle Ja, hinter der Tankstelle Lass mich mal aussteigen, ganz kurz bitte Ja, mach mal Und da hinten ist er rechts von uns Flox, ja rechts von dir im Gebüsch sitzt er Grauer Healbusch Ähm, ich hab ein großes Problem Ich glaub ich muss mein Spiel neu starten Nein, ich muss nicht Auf 200... 220 Grad Ja, ich kann nicht kapieren Rechtslehnen Genau, geradeaus, jetzt ist geradeaus Siehst du ihn Ah, kommt noch! Polizeiwagen, Polizeiwagen, Polizeiwagen Wo denn? Ja Direkt bei der Tankstelle? Ja, ich kann nichts machen, ne Ich seh nichts Dann Dann lass mich fahren Hä, ich seh doch was Das ist wenn ich zu viele Stunden gespielt habe Dann Freeze das Game die ganze Zeit Also ich hab wieder Standbild Ich will keinen Stress Was war los? Ich will keinen Stress Ich will keinen Stress Will ich auch steigen? Ja, steckt mal einer aus Und redet mit dem Also wenn ich's nicht laihe, die euch die Waffe gebe Dann ist auch die Waffe weg Ja, dann Ach Wax, wir waren zu Auto Ja, warte Ich kann das Auto packen, weil ich nichts mehr machen kann Ja, ich fahr hin Ich geb... Ich nehm jetzt eine Waffe Hier liegt auch eine Waffe übrigens auf dem Boden Ja, jetzt... Ich glaube ich bin nicht mehr in der Lage Ich kann ja nicht aufsteigen Ja, warte doch mal! Ja, das ist die Waffe her Sorry Mach du jetzt Mach du jetzt Dann gib mal deine Waffe her Ich wollte nicht Ich wollte nicht Passt bitte ein bisschen auf Bisschen absichern Es ist gar nicht so einfach die Waffe rauszugeben Wenn man 0 FPS hat Hast du das Medikettel im Rucksack oder? Ja So Ja, die Munition liegt auf dem Boden Die müsst ihr auch mitnehmen Versuch's mir Ich muss mir die Kette mal kurz ausleihen Das fahrt haltbar schnell Ich kann auch nicht 10.000 Sachen machen Da muss ich mich bei einer Tera abholen oder so Ja So, hier sind aber keine Leichen mehr bei mir Ja So, ich muss kurz abtetten Alter, wie viele Magazine hast du? Sammelt mal dein Zeug ein und buche aus welchen Ifrit zu backen Ich will ja hoch Der ist total Lass mich rein Alter, du hast 18 Magazine dabei, what the fuck Ich fahr nochmal kurz zu dem Typen Wer hat jetzt das Medikett? Ich muss gar nicht mehr werden, Alter Warte, ich fahr mit Rocktox hat das Medikett Aber ich kann ihn nicht heilen irgendwie Nee, du musst ihm das mir nicht geben, du bist kein Cop Du musst ihm die Waffe holzern Du musst ihm die Waffe holzern, dann geht das Nee, du kannst es auch so nicht geben Ja, aber ich kann jetzt die Waffe nicht holzern, weil ich nur meine Waffe da habe Dann geh doch bitte einfach So, du gehst jetzt bitte an seinen Rucksack So, ich hab's dem Schambon gelegt Ach Vielleicht krieg's dann bitte wieder Wo ist denn der Typ hin? Ja, klar Nee, der ist abgehauen Der ist nach hinten Der ist nach hinten Ja, jetzt geradeaus, geradeaus, geradeaus Ach, da ist sie Ach, da ist sie Oh, das ist nervtler Ich muss es neu starten Ich muss mich vielleicht dann auch noch schnell heilen Was machen wir mit dem jetzt? Äh, geht nicht Hm Ja gut, dann legst du ihn wieder am Boden Steck mal aus und sag ihm mal, er soll die Waffe runternehmen Schönen die Waffe runter Einfach die Waffe runterlegen Ja, nice Das war random Das war random Das war random Was hat er nicht geschossen? Also, RDM-Dingsbums, wie das heißt Das, das war, das war nicht Darf ich schießen? Ja, ja Ja, schießen Ach, komm, da kommen wir dann kein Visier drauf Ach, ich treff nicht Ja, dann, bewegt euch doch bitte mal mit eurem Arsch hierher Ich kann nicht aussteigen hier So, wieder da Also, ich glaube, ich geh auf, wenn er keine Lust mehr Da hab ich einmal ne Waffe Ich seh ihn, glaub nicht Boing 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 Ich schaue ab und zu Bleib stehen, vl. hier bleib stehen Ich bleib stehen Ich bleib stehen Ich bleib stehen Die Bullen machen einfach gar nichts Du, ich schau mal vielleicht irgendwo wieder in dem TSC vorbei Bin wieder da Ich bin wieder da Wenn ihr Online-Seite Kann ich ja mit euch Gemeinsam wieder Spaß haben sind die bullen einfach weitergefahren ja einfach weitergefahren ich denke wahrscheinlich sind richtige rebellen und suchen den typen hier ja moment ja nicht überholen ich wollte ich wollte hinter ihm aussteigen und hätte den rücken geschossen so sieht er mich ja jetzt schaut er genau meine richtung wenn ich aussteig gestärkt gewesen oder nee so wie das ja umdrehen ja so kann ich nicht abknüpfen weil er meine richtung schaut wo ist er denn jetzt ja links von dir da müsste in bewegung bleiben ist dann erst vorwählen da wo er schaut ja genau in unsere richtung jetzt nicht ob stecke aus ich habe die polizei aber schon geschrieben dass sie das das hier ein gesuchter mörder ist und er hat mich getroffen ja dann geht doch wieder rein ich habe ihn ich habe sicher auch getroffen naja ist egal nicht ich hab's knallen ich hab' knallen du kannst ja nicht mit dem ifritter warten doch ich übergebe den den und dann hauen wir ab das wird zwar nicht funktionieren nein das ist numaron das macht er ich glaube ich habe ihn mit dem fuß getroffen ich bin wieder auf dem server ja er läuft mir auf dem auto bist du doof oder was ja er will wahrscheinlich er will dass wir nicht mehr fahren können da kann er knicken alter waffe auf dem boden hat sowieso keine chance kommt noch ein zweiter kommt noch ein zweiter lehn achtung er lehnt vorne ja wow ich hab' einfach videobeweis wenn er jetzt gestorben wäre das sein problem gewesen ja da ist bei der mauer ist noch ein zweiter bewaffneter zivilist ja ist süß freundchen waffe runter ich komme mit euch zu ich komme mit den scw zu ja ja wir sie benachrichtigt haben ich hab' das zu uns auch nicht abgegeben falls ihr was habt irgendwie noch unsere weste ist weiß ah ah fahr mir doch nicht rein wer fährt denn hier wem rein ich fahr die ganze zeit im kreis um die rum schon wieder waffen runter denken auch nur die dass die abhauen jetzt hören sie sich auf als ob das helfen wird wir müssen sich grad übelst getrollt fühlen mhm ja der wird auf uns schießen der nach unten schwarz hallo hallo kann nix sein warte ich reconnecte kurz user disconnected from your channel ich bleibe an dem einen hier dran ja wir bleiben an dem einen an dem einen ja wir bleiben bei dir mit den roten shorts und bleiben bei dem anderen mit den tanklamotten ja rote shorts der andere glaube ich einen fliegeranzug oder einen ADAC anzug mit den Türen und die wir Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020